Hochverrat, lautet die Anklage. Ein weiblicher Spion, eine Spionin. Das ist spannend. Die berühmte Nackttänzerin steht für Schönheit und weibliche Verführung. Matahari ist Geheimnis und Fantasie. Die Kurtisane steht mit den Mächtigen auf vertrautem Fuß. Sex und Tod, das ist sie. Doch eine Frage ist seit 100 Jahren ungelöst. Hat sie spioniert, schuldig oder nicht schuldig? Wird es ihr Geheimnis bleiben? Untertitelung des ZDF für funk, 2017